Im 5-Sterne-Hotel Zero in Ischglkappel bekommt Alpiner Urlaub eine neue Note. Luxus, Gemütlichkeit und avantgardistischer Lifestyle. Wer hier seine Zeit verbringt, weiss die Vorteile des neuen Luxushotspots im Patznauental zu schätzen. Modernes Design und gelebte Tradition. Das Luxushotel Zero und der Chiotkappel sind dafür perfekt. Die Atmosphäre im Zero ist vor allem eines, besonders. Dafür sorgen nicht nur die Architektur und das Interior-Design, eine aufregende Symbiose von Zeitgeist, lokalen Materialien und traditionellem Handwerk, sondern auch die freundlichen Mitarbeiter, die mit umfassenden Service die Wünsche der Gäste jederzeit erfüllen. Im Restaurant des Hotels wird jede Mahlzeit zum kulinarischen Höchstgenuss. Sternekoch Klaus Brunmeier bringt 15 Jahre Erfahrung in beschleurprämierten Restaurants mit. Die Erfahrungen und Rezepte, die der Spitzenkoch auf der ganzen Welt und zuletzt im renommierten Tristan auf Mallorca gesammelt hat, fliessen auch in Tirol in seine Gerichte ein und verbinden sich geschickt mit den Vorzügen der österreichischen Küche. Ischgl-Flair ohne die Ischgl-Routine. Mit der Minotte-Lodge, der perfekten Symbiose aus hochwertigen und natürlichen Materialien, edelstem Design und prasselndem Kaminfeuer, wurde ein einzigartiger Geheimtipp in der Hotelszene geschaffen. In der anschließenden Bar werden ganztägig und bis spät in die Nacht hinein ausgewählte Cocktails gemixt und kühles Bier ausgeschenkt. Einem Hotel der Luxusklasse angemessen, lässt auch die Weinkarte keine Wünsche offen. Sie haben die Wahl zwischen zehn verschiedenen Zimmertypen, die allesamt den höchsten Designansprüchen gerecht werden und mit edlen heimischen Materialien wie Holz, Stein und Glas ausgestattet sind. Herzlich Willkommen im Fünf-Sterne-Hotel Zero in Ischgl-Kappel.